Und was für eine anstrengende Tätigkeit bist du nachgegangen? Ich habe Sport gemacht. Sport? Was für ein Sport? Und jetzt gib mir dein Geld. Oh nein! Irgendwann zahlen wir es dem richtig rein. Hey, ich bin übrigens hier. Ja. Wenn du zur Polizei gehst, dann bringe ich die Kleine oben. Verstanden? Sorry, doch gar nicht klar. Ich habe eine Idee. Jetzt sind wir an der Reihe. Machen wir dich fertig. Ja. 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 Ja.